ich bin gerade in der Runde, chill doch das machst du auch die neue Hände? das ist eh nicht was, ist er verlassen? ja, du machst es eh nicht ja, warte, lass mir doch schnell die Gurtgegner holen ich weiß hallo, booh das tut total leer das tut total leer das tut total leer einer von den zwei äh haben wir äh schön doch digga, diese Waffe ey digga, wenn du mich nicht vollständig komm ich gar nicht rein komm nicht rein, komm nicht rein, dann hab ich schon gewonnen digga, er schießt mich runter, alter nein du hast nicht gewonnen oder wenn ich mal ein gigant gemacht ja, wenn wir nicht machen müssen, dann hab ich schon gewonnen ja, ich komm mit rein hier hier alle booh 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 du bist von mir so schnell in uns gehen junge ins skin ja ja das ging wie wachs hast du eigentlich noch 10.000 warum oder ich habe sogar meinten wie viel 14.500 ich kaufe mir erst mal den geraden shop lerne gleich hier die tipps feature what I have big forgotten I can't think I'll come to go gut denn er hat sogar lambo ja 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 kohle manche die fahrrad an ferrari also das ist okay ich muss noch viel beenden er wird sehen dass ich ihn radiere ja weil ich hier eingespielt bin er braucht nicht aufziehen ich würde also ich habe ein anderer wirklich ausreden also ich habe anderen anders ist ja ich habe 400.000 gibt es nicht noch mein räum ich bin eigentlich spiel ich habe keine menschen ja schlecht geworden ja ich bin nicht auf mein guter von früher früher war ich auf jeden fall besser nein nein das bin ich früher wie auch dachte früher ein sniper verloren also sorry wurde besser was die länger spieler sich vor allem noch immer wieder verloren dein elmsitz aber auch so aus und heute das ist halt ich bin mit der strecke haben wir spieler kann man oder ich war aber arbeitet nicht das thema jetzt jetzt wer zu runde ist ja gewinnst wurde er bei den sechs meilen nicht sechs mal was für die sämte spiele ich eigentlich ist das für eine scheiße das ist nicht mal meine sämte was ist das gerade sage ich den besucht und was war ich ja in die scheiß denn sie warten ja okay die sind auf jeden fall besser junge ich spiele auf einer dreier senden sie wegen meinen musik bereit aber arbeit nicht eine fresse im hintergrund ich war ja ganz runter wegen der erbe verarbeitet oder was willst du ja zwei zwei einsteigte sind und schließlich herr bruder du hast 100 90 der fettes fünf spacken die sich kassiert ich hab doch einmal haupte ich habe ich einmal geklebt das heißt heute und das reicht für heute ich muss jetzt gewinnen ja okay er war aber ich würde die geäußert kann ich bin so scheiße ich bin so scheiße verkackt ich gehe mal kurz für kleine affen wie bitte mal kacken oder bearbeite doch die treppe nur für kopf nein ich bin so scheiße ich bin so scheiße so nehme ich nicht darf jetzt nicht verlieren ja 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 oder meine fuß oder es kann anders am termin der junge er spielt auch schon auf pc spiel auf btm gar nicht mehr hat so aufkontrolle das ist luca sein vater er könnte mich in die pickaxe einmal eine pickaxe betoten luca 9 vermisst ich musste nachladen ja 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 noch dreien runden erneut ich habe gewonnen oder wir kommen wir machen zum schluss auch eine runde du mal nein 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 ich mache jetzt noch das video ich mache auch keine bock mal du spielen was hast du denn du bist du hatte und er hat gesagt oder wer hat man jetzt auch immer ab sie bei der leute machen wir können ja nicht machen also wenn du mich nicht noch mal einer ab verlassen er das war sogar luca luca wenn man bitte dein video die ganze zeit ab dann melde ich dich über meine t-account mit dem rolle darf ja wir machen kurz einzig ein zum aufwärmen und ja viel spaß mit dem heutigen video der der immer übertreibt ja wenn er jetzt noch so gewinnt habe ich schlechter spieler ist er baut mich ja das bin ich jemand hat meine selbstverständlich war mal früher immer auf jeden fall besser das war einmal wieder neues video als da ja er lasst es einmal ein bisschen unter mit den war dann los war dann ja die video im 1 1 der nachspieler und eine runde jetzt auch sagen ja und viel spaß wie die weiteren video wir machen eine runde 1 2 1 noch die verboten Das war's für heute. 9 1 an der Nase waren wenn wir so es gibt die Runde Duren immerhin ist eine Runde Dosenjahr ob man ja immer wieder so oft setzen die die Fünftige aber du musst ihn geben es hat früher auf jeden Fall und bist als du ich habe auch aufgehört zu zocken du sagst einfach spiel auf pc ja ich wechsle zu du warte mal ich musste ein tanz aussuchen das war ja gar nicht und ich bin nicht mal kurz okay nur so ich muss mit dem auskern Bis gleich.